Neulich war ich ganz entspannt am Mississippi spazieren, als ich plötzlich was hörte. Im Gebüsch konnte man ganz deutlich Schritte wahrnehmen. Außerdem hat mein Hund angefangen zu knurren. Das heißt, da musste irgendwo ein Alligator liegen. Und kurz darauf habe ich ihn entdeckt. Er war nicht weit von mir entfernt und hat schon warnend gefaucht. Ich dachte, das ist ein guter Moment, um zu testen, wie gut die neue 7mm gegen Alligatoren funktioniert. Das Ding lag an Ort und Stelle und ich war extrem gespannt, wo ich ihn getroffen hatte. Ich nenne die 7mm ab jetzt Alligatoren-Schreck.